jo leute was geht ab und willkommen zu minecraft mine clash jo und was haben wir heute heute vor wir sind ja gerade mit dem blut dran und das blut ist blut ja ich hoffe es ist schon gewachsen so hier waren ein fliegt einmal hoch die welt nicht ist so ein scheiß so ich jetzt sagen wir gehen noch pennen und dann gehe ich in das nether hat man schon überlegt was in dieser folge macht es ist nicht gewachsen aber ich weiß wie es schneller wächst wie blut wie wächst ja wohl schneller wir arbeiten mit blut 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 und blut wo respekt was los respekt warum respekt blut 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 ja schönes strecks blut weil es ist okay geht es mir zu wenig blut ne brauchen mehr scheiße kassier haben rausholen hier was soll jetzt eine vor ah doch es geht was das jetzt blut drauf okay ähm ich gehe ins nether und farm ein bisschen was wie viel haben wir noch drin 7 von 40 was mache ich denn so lange überlegen überlegen muss überlegen ich muss überlegen ich weiß was ich mache kann man hier auf weiter drücken dann leck mich du scheißvieh ich habe so ein gefühl das ist schon ein bisschen gewachsen so ich gehe mal zu schoko bus schoko schoko bus okay wir brauchen ziemlich viel quats so okay jetzt ihr drecksviecher da klärt sich eins raus es ist so sich vertragen gehen so tot ah hier ist auch noch was ich hoffe jetzt habe kein kein falsches geklatscht ein bisschen scheiße okay ich habe zwei goldenes gysal und das ist junge das ist mädchen gleich komm schon das hier bräuchten wir dann alter ich habe so ein gefühl ne dass das scheiß chokopedia uns die ganze zeit verarscht ja ich verarscht doch und so ja aber das kann eigentlich nicht sein wow ich verrecke wir sind die ersten wo das auffällt bei uns kommt die ganze zeit scheiß weiß raus goldes stück gysal bringt auch einen scheiß ohne witz alter wie viel quatsch ist hier was soll ich dann züchten vielleicht weiß und ma weiß und weiß kann nicht sein zack zack ein stack quatsch haben wir schon bringt mir scheiß ja gut dann werde ich wohl weiter blut farmen und die schnäser kurz so warte mal haben wir hier was haben wir denn da drin molten man äh scheiß dreck kreiber ok hier ist noch ziemlich viel quats ja sehr egal alter alter wie schnell wächst es ich ist jetzt fertig gewachsen was das teile ich weiß nicht soll es abreißen ich weiß nicht ob es fertig ist mach einfach nein mach es nicht junge das ist aber schon richtig groß warte schau gleich nach alter das ist schon fett also könnte funktionieren also ich weiß es ja nicht wie viel was brauchen wir eigentlich die bäumus pickaxe wo ist denn die da dazu brauchen wir drei stück hoffentlich bekommen wir da was raus alter manchmal bekommt man setzlinge auch raus ah ja ich weiß was ich machen kann ich brauche ähm für am tiertisch binnaugen hab ich hab ich ich hab am tiertisch binnaugen warte mal jetzt muss ich noch noch sieht mit nether ja easy alter easy und dann hier schnell zack sechs steckt 250 liter blut haben wir noch ja ich glaube es ist fertig neun okay ich heiße es jetzt einfach mal ab ich hab jetzt gleich vier stecks quatsch gefuscht nein oder hier hab's kaputt gemacht ja ich mach am besten nix mehr so und ja bevor ich es auch grad vergesse ähm soll ich noch jemand grüßen und zwar also liebe grüße an maria giesem jahren lo und michelle so ja was ist ja gerade irgendwas dies bohnt ne schauen bei mir bei mir nicht irgendwas ist ja dies bohnt das weiß ich setz mich hat aufs feuer ja ich brenne jetzt mal ne ich schau mal ob es jetzt wieder groß ist ich habe noch drei seeds drei seeds habe ich noch jetzt sollten eigentlich alle hm ich sehe ja die wachsen eindeutig schneller mit brauchen wir knochenmehl äh im nette haben wir 1 2 3 4 5 6 7 ich glaub ähm die dinger die wachsen schneller ja das ist ja wie knochenmehl das blut das ist wie knochenmehl hey mani hm hm sieben stags bone meal haben wir bohnt lol stimmt im live stream habe ich mir mal netherquartz stack uhr gefarmt mit behutsamkeit mal mit meiner spitze hm stimmt so das sollte dann auch mal wachsen ich habe eigentlich blut drin wie kann ich das eigentlich abfüllen dann haben wir eigentlich eh genug netherquartz mani es ist ja schon mal aufgefallen die schleim insel ist darum in die luft gegangen zur hälfte wo über uns dort bei der tnt sprengung von unten seht es hä da ist gar nichts die schleim insel ist von unten in die luft gesprengt worden aber auch nur ein wenig ja und der ist immer noch ein bisschen ja aber nicht viel kann ja nur rum und such gerade die ganze zeit ist nix suchen wie weiß die kürzen werden jetzt die folgen werden jetzt auch kürzer wir fangen jetzt an fort zu produzieren fort zu produzieren wegen ferien ihr wollt ja dass ich wenn ich in urlaub bin was auch videos kommen mein gestern zu dir echt nö na gut hui ich zweifel dran ich zweifel dran alles wächst bis auf die scheiße das kann doch nicht sein netherquartz 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 naja ich lasse es jetzt einfach mal wachsen geh nochmal zur schuckeboos runter schuckeboos das ist die falsche tür jetzt in mein haus das ist richtig ja so ok wann hast du vor die brücke fertig zu machen wann ja hm keine ahnung ich wette wir haben bei der hundertsten folge immer noch keine scheiß goldenen schuckeboos ne rafo ja ja das habe ich schon vor der offene wie gesagt ja ich glaub wirklich dran weil hier weiß 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 was kann weiß ohne scheiß ohne scheiß im richtig viel netherquartz was kann weiß ohne scheiß warte äh so ähm da 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 haben wir es weiß und gelb plus weiß gleich schwarz was was ist dein problem ich habe keins ok ich mache es jetzt mal genau wie es da steht zuerst gelb und dann weiß gleich schwarz also gelb 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 also eigentlich schon richtig fett gewachsen gell gleich schwarz gelb gelb ha 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 echt da kommt gelb raus mann hä ist in der mitte schon richtig fett gewachsen und weiß scheiße funktioniert das nicht mann ist in der mitte schon richtig fett gewachsen das ist das ist das ist weiter wachsen da kommt aber schon raus das ist trotzdem wachsen ich habe vorher kaputt gemacht ich weiß nicht wie lange die dinge erwachsen ich liege schon ich liege mein was beim student chat verhalte manchettisch ultra fett alter scheiße habe noch nicht kleiner gemacht weil hexe neu installiert habe die kacke okay jetzt war sie los was los was los geh mal weg ich weiß nicht ob das fertig ist wie groß war das feuer genau so ich weiß nicht ob das fertig ist ich weiß es nicht da kommt doch kein blut raus ich weiß ob ich heute so aus wie gut rauskommt das ist eine blut pflanze schau ich bin besser quatsch wir haben alter das reicht nie und nimmer das reicht wirklich nicht oder ist doch ganz ich weiß es nicht also sondern jetzt machen scheiße ich habe keine ahnung ich weiß jetzt nicht ob man es abreißen muss oder was anderes hat er mal weg vielleicht mit dem abbauen da weiß es aber nicht aber ich würde sagen das erfahren wir in der nächsten folge wir probieren uns noch ein bisschen im single player aus um das zu testen und dann seht ihr wie es in der nächsten folge weiter geht also bis zum nächsten mal und ja ja krampf so ja wir sehen uns in der nächsten folge wieder ciao